Hallo ihr Lieben, der Georg hier aus seinem Keller. Hier habe ich mir einen Webinarraum eingerichtet und ich dachte, ich benutze mal die Technik und das Licht und die Webcam und probiere mal aus ein Video damit zu drehen. In der Vergangenheit gab es ja ein paar Videos, die habe ich dann aber mit einer guten Kamera und Ton und Mithilfe aufgenommen und ich denke, für ab und zu mal ein kleines Video reicht die Technik vollkommen aus. Eine Kundin hatte sich gemeldet bei mir und um Rückruf gebeten, weil sie Kontakt mit einer Clearing-Beraterin hatte und die hat ihr eine Liste geschickt mit bestimmten Dingen, die sie einkaufen sollte, Räucherschale und so weiter und da war auch Weihrauch dabei für die Hausreinigung. Ich möchte nicht irgendwie so tun, als ob ich die Weisheit irgendwie mit dem Löffel gegessen hätte und andere falsch liegen. Deswegen habe ich da auch jetzt nichts dazu gesagt, dachte mir aber, ich nehme das mal als Anliegen und gebe einfach mal meine Erfahrung weiter und sage einfach mal kurz in einem kurzen Video, wieso ich keinen Weihrauch für eine Hausreinigung verwende, wobei das natürlich sehr verbreitet ist. Also ich meine, klar, in der Kirsche wird Weihrauch viel verräuchert, der Grund dafür ist aber nicht unbedingt die Reinigung und irgendwie hat sich das so durchgesetzt, dass ganz viele Menschen für eine Hausreinigung Weihrauch benutzen und oft sind die Menschen dann mit dem Endergebnis nicht ganz so zufrieden und das liegt einfach daran, dass Weihrauch dafür eigentlich, also von meinem Empfinden her, nicht der richtige Räucherstoff ist. Ich liebe Weihrauch. Ich importiere zahlreiche Weihrauchsorten, unbekannte und bekannte. Ich bin ein absoluter Weihrauchschützer und Anwender in jeglicher Form. Also von daher, ich habe überhaupt keine Abneigung Weihrauch gegenüber. Ganz im Gegenteil, ihr könnt mir das mal glauben, wenn ich in meinem Lager bin, dann bin ich von oben bis unten voll mit Weihrauchstaub. Und ich esse jeden Tag Weihrauch, ich trinke Weihrauch, ich räuchere Weihrauch. Hier hinten selbstgemachte Weihrauchräucherstäbchen, also Weihrauch ist ein Bestandteil meines Lebens seit vielen, vielen Jahren. Dennoch würde ich Weihrauch für eine Hausreinigung nicht verwenden und es hat einen ganz bestimmten Grund. Wenn man sich das energetische Wirkungsprinzip von Weihrauch anschaut. Erstmal muss man sagen, ich habe dann der Dame auch gesagt, ja welchen Weihrauch wollen Sie denn? Ja Weihrauch. Ja, das ist ein bisschen so wie wenn man zum Arzt geht und man hat Knieprobleme und der Arzt sagt, schmierende Creme drauf. Ja, was für eine Creme? Blödes Beispiel, Creme bringt nicht viel beim drauf schmieren, aber ich glaube ihr wisst, was ich sagen will. Das heißt, jeder Weihrauch hat natürlich eine gewisse Grundsubstanz, so wie eine Creme auch eine Grundsubstanz hat und Creme hat die Eigenschaft zum Beispiel in die Haut einzuziehen, ja zum Beispiel oder sich fettig anzufühlen und so weiter. Weihrauch hat die Grundeigenschaft und die Grundenergie, dass es öffnet und verbindet und es tut Weihrauch auf eine ganz ganz prägnante Art und Weise sehr viel intensiver als viele andere Rohstoffe. Ich bin mit vielen tausenden Rohstoffen in Kontakt gekommen. Es gibt auch Menschen, die noch viel mehr Erfahrung mit dem Räuchern haben, aber ich habe schon ziemlich viel Erfahrung und vor allem ist es aufgrund meiner Sensibilität für mich sehr einfach die energetische Wirkung von Pflanzen und Rohstoffen zu studieren und ich muss sagen, diese öffnende und verbindende Eigenschaft vom Weihrauch, die ist wirklich sehr, sehr intensiv. Was heißt es öffnet und verbindend? Das heißt im Grunde genommen, das Weihrauch die Fähigkeit hat, zwei Energien und zwei Bewusstseine zu verbinden und es hat die Fähigkeit sehr stark, das eigene Bewusstsein zu öffnen, zu weiten. Und das natürlich unterschiedlich. Also ich werde da mal ein eigenes Video drüber machen. Ich habe auch in meinem Weihrauchbuch über die energetische Wirkung von Weihrauch ausführlicher geschrieben, aber ich denke, da können wir auch ein Video mal machen. Also Weihrauch reagiert, ist immer öffnend, aber unterschiedlich. Also ein Dakarer, ein Neglecta Weihrauch zum Beispiel, hat eher die Fähigkeit mit der Erde zu verbinden, was sehr selten beim Weihrauch ist, weil Weihrauch grundsätzlich den Geist um die Seele öffnet. Ein Royal Hojari, also aus dem Oman der Weihrauch, der grünliche oder selbst auch ein indischer Weihrauch, der verbindet sehr stark mit dem geistigen. Und dann gibt es, das sind auch Nuancen, also der indische wirkt schon nochmal anders als der Sakra natürlich. Und selbst beim Sakra gibt es ganz viele Unterschiede von den Qualitäten. Das heißt, ein rötlicher wirkt mehr auf der Gefühlsebene und so weiter. Aber gut, es macht jetzt gar keinen Sinn, da zu tief einzusteigen. Weihrauch verbindet. Es verbindet mit der Seele, es verbindet mit der Erde, es verbindet mit dem Herzen und so weiter und so fort. Und das ist eine Eigenschaft, die grundsätzlich bei einer Räucherung oder Hausreinigung nicht so verkehrt ist. Aber die Frage ist der richtige Zeitpunkt. Und der ist eben dann gegeben, wenn eine Hausreinigung gemacht worden ist, meiner Meinung nach. Also bei einer Hausreinigung brauchen wir reinigende Elemente. Und eine Säule davon ist natürlich das Räuchern. Ich bin nicht der Meinung, wenn man einfach mal sein Haus ausräuchert mit irgendwie etwas, völlig egal was es ist, dass das für eine Hausreinigung ausreicht. Da gehört viel mehr dazu, aber das ist auch wiederum ein anderes Thema. Aber bei einer Hausreinigung brauchen wir eine reinigende Kraft. Was heißt das? Eine Reinigung ist energetisch betrachtet folgendes. Wir haben ein Feld, ein energetisches Feld. Das kann zum Beispiel erschaffen worden sein von uns selber. Zum Beispiel, weil wir in einem Raum sind. Und in diesem Raum tendenziell haben wir immer wieder das Problem, dass wir uns Sorgen machen. Okay? Das heißt, wir sitzen hier, wenn ich jetzt immer wieder hier auf der Couch sitzen würde. Deswegen habe ich mir übrigens diesen Raum auch eingerichtet, weil ich oben in meinem Büro arbeite. Da mache ich mir Sorgen um das Geld. Dann telefoniere ich mit Kunden. Dann mache ich was auch immer. Diese Couch ist nur für Webinare, nur für Heilarbeit, nur für Videos. Und nehmen wir mal an, ich würde mich jetzt hier hinsetzen und ich würde hier jeden Tag sitzen und mir Sorgen machen. Hier an diesem Platz. Dann würde ich irgendwann mit der Zeit ein energetisches Feld erschaffen. Am Anfang ist es nur eine ganz leichte Information. Ich sitze hier und zweifle. Okay? Wenn ich das immer wieder mache, immer wieder regelmäßig und meine Gefühle dabei intensiver und intensiver werden, dann würde es ausreichen irgendwann, dass ich hier die Tür reinkomme, mich hier hinsetze und ich könnte die beste Laune der Welt haben. In dem Moment, wo ich hier sitze, würde der Zweifel wieder kommen, weil ich habe ein energetisches Feld erschaffen, ein Elemental erschaffen von Zweifel, von Ängsten und so weiter und so fort. Und ich gehe damit in Resonanz. Eine energetische Hausreinigung ist im Grunde genommen, man kann Energie nicht wegzaubern. Es fühlt sich manchmal so an, wenn man zum Beispiel Kampfer räuchert. Das fühlt sich so im ersten Blick irgendwie oberflächlich betrachtet, fühlt es sich so an, als ob irgendwie alles rein ist. Aber es ist unmöglich, eine Energie einfach nur wegzumachen. Also ich habe das nur nicht hingekriegt. Ich kann es ja mal probieren, aber in der Vergangenheit, also wie gesagt, das widerstrebt jeglichem Grundprinzip von Energien und es widerstrebt der Schöpfung. Also es ist nicht möglich, eine Energie einfach wegzumachen. Sie kann nur in etwas anderes gewandelt werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier sitzen würde und ich würde merken, oh verdammt, ich bin hier immer wieder am Zweifeln, ich habe Ängste, Sorgen und so weiter und ich habe hier ein energetisches Feld erschaffen und dieses energetische Feld des Zweifels kommuniziert schon mittlerweile mit anderen energetischen Feldern im Haus und verdichten sich, dann könnte ich gegenwirken. Und die Gegenwirkung wäre, ich erzeuge ein energetisches Feld, was, sagen wir mal, wie soll ich das erklären, was von der Thematik ähnlich ist. Also es geht um ein Gefühl und es geht nicht um den Zweifel, sondern es geht um das Vertrauen zum Beispiel. Das heißt, ich erzeuge ein ähnliches Gefühl, was man in die Linie der Gefühle irgendwie, wie soll ich es erklären, es muss zueinander passen. Ja, das heißt, wenn ich das Gefühl des Zweifels umwandeln möchte, dann ist es notwendig, in dem Sinne ein Gefühl zu erzeugen, was eben Vertrauen hervorruft. Wenn ich eine gewisse Unruhe habe, dann bringt es nichts, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie versuche, hier mit Affirmationen oder irgendwie was gegenzusteuern, sondern ich muss schon irgendwie beim, wie sagt man, der Schuster muss so bei seinem Leisten bleiben. Das heißt, es geht darum, wiederum ein Gefühl zu erzeugen, was dem vorherigen Gefühl entgegenwirkt. Das heißt, wenn ich hier in Verzweiflung bin, dann ist es wichtig, bei dem Gefühl zu bleiben und ich gehe dann eben in die entgegengesetzte Richtung und gehe in das Vertrauen. Das heißt, ich sitze da und erzeuge in mir das Gefühl von Frieden. Ich erzeuge in mir das Gefühl von Vertrauen und dadurch erschaffe ich wieder ein anderes Energiefeld. Und dieses Energiefeld des Vertrauens und des Friedens ist höher schwingend als dieses Energiefeld des Zweifels. Und diese beiden Energiefelder kommunizieren miteinander, die gehen in Verbindung. Das ist nicht so einfach, vor allem wenn man entgegengesetztes Gefühl erzeugt, aber es funktioniert. Auf Dauer kommunizieren diese beiden Energiefelder miteinander. Und das, was das höher schwingende Energiefeld des Vertrauens macht, ist, dass es das niederschwingende Energiefeld des Zweifels anzieht, sich miteinander vermischt und es quasi erhöht. Es hebt dieses Energiefeld an und wandelt es damit um. Das ist Prinzip der Hausreinigung. Und es gibt Pflanzenkräfte, die das können. Ja, zum Beispiel Salbei ist jeder Mann, kennt jeder Mann und jede Frau natürlich auch. Das heißt Salbei, das muss nicht nur unbedingt der weiße Salbei sein, wobei der schon ein bisschen energetisch stärker ist. Das kann ganz normaler Salbei sein, der im Garten wächst. Das können auch Thymian sein oder das kann Rosmarin sein. Das sind auch bestimmte Inhaltsstoffe in den Pflanzen, ganz grobstofflich, die feinstofflich natürlich eine bestimmte Wirkung haben. Es gibt bestimmte Kräuter, die haben die Fähigkeit, das Energiefeld zu erhöhen und die haben die Fähigkeit der Reinigung. Ja, das heißt ein Energiefeld wird gereinigt. Die Energie wird erhöht, das Energiefeld wandelt sich. Weihrauch hat diese Eigenschaft nur bedingt. Weihrauch ist immer öffnend und Weihrauch hat segnende Eigenschaften, wobei das auch ein bisschen auf den Weihrauch drauf ankommt. Aber es ist nicht primär als Hausreinigung gedacht, weil diese reinigende, umwandelnde Komponente, die fehlt dem Weihrauch einfach. Natürlich ist Weihrauch segnend und damit ist es auch so, dass das Weihrauch auch immer so ein bisschen die Energie anhebt. Also wenn man Weihrauch verräuchert, ist es immer ein sehr friedvolles, segnendes Element, ganz klar. Aber die Kraft reicht nicht aus, um das niederschwenkende Energiefeld wirklich umzuwandeln. Da sind wie gesagt andere Pflanzenkräfte besser. Wenn ich mal nochmal mit dem Weihrauch, vielleicht das Beispiel mit dem Waschpulver, das habe ich irgendwann mal angefangen, da könnten wir glaube ich ganz gut drauf zurückgehen. So ein Salbei zum Beispiel ist sowas wie ein Waschmittel, das reinigt. Also es hat quasi reinigende Wirkung auf das Energiefeld, so wie ein Waschmittel auch reinigende Wirkung auf Kleidung hat. Es gibt bestimmte Flecken, die gehen mit dem Waschmittel und mit dem Salbei natürlich auch nicht weg, weil man dann gucken muss, okay, was ist denn das wirklich eigentlich für ein energetischer Fleck und wie kann ich darauf reagieren? Also Salbei ist auch kein Wundermittel und wirkt auch nicht immer, aber im Normalfall wirkt ein Waschmittel und auch Salbei grundsätzlich reinigend und hat die Fähigkeit, den Schmutz oder die energetische Störung oder niederschwingende Energie umzuwandeln. Wenn man jetzt mal den Weihrauch betrachtet, dann wäre der Weihrauch so ein bisschen wie ein Weihspüler. Was für ein Beispiel? Ich verwende keinen Weihspüler, aber Weihrauch ist sowas Segnendes. Das legt sich auf das Energiefeld und erzeugt so eine gewisse Harmonie. Das macht der Weihrauch, aber der Weihspüler ist nicht dafür gedacht, wirklich Flecken aus der Kleidung zu entfernen. Das vielleicht einfach mal so als Beispiel. Was man machen kann, ist, dass man bei einer Hausreinigung Kräuter und so weiter verwendet, die reinigend wirken und wenn man dann so eine gewisse Grundenergie hat, also sagen wir mal einen gereinigten Zustand einfach, ist es einigermaßen sauber und die gröbsten Energiefelder, die da sind, wurden gewandelt. Also sagen wir mal die Energiefelder, auf die wir uns fokussiert haben, man kann nicht alle Energiefelder im Haus wandeln. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit und wäre auch völlig sinnlos. Aber wir haben einen bestimmten Grund, warum wir eine Hausreinigung machen. Wir begegnen bestimmten energetischen Feldern und wir lösen diese energetischen Felder zum Beispiel mit Salbei und natürlich auch anderen Methoden, die habe ich in zwei meiner Bücher auch beschrieben. Wir lösen diese Energiefelder auf, wir reinigen und dann wäre es vollkommen in Ordnung für, man muss auch schauen, was möchte man danach. Also nicht nur irgendwie gereinigt, sondern was ist, was wir ganz gezielt im Haus an Energien verankern wollen und da wäre der Weihrauch komplett richtig. Also das wäre eine Situation und ein Zeitpunkt, wo man sagt, jawohl, jetzt nutze ich die öffnende und verbindende Eigenschaft des Weihrauchs und räuchere damit, nachdem das Haus gereinigt worden ist. Wenn der Zustand gereinigt ist, dann können wir mit dem Weihrauch in die Segnung gehen, dann können wir die öffnende und verbindende Eigenschaften des Weihrauchs nutzen und ganz bestimmte Energien auch im Haus verankern. Und auch im Nachhinein immer mal wieder mit Weihrauch zu räuchern, ist grundsätzlich absolut angesagt. Also gerade wenn man einen gereinigten Zustand hat und man möchte ein bisschen in Spannung oder man möchte sich mit der Seele verbinden oder man möchte sein Herz öffnen, dann sind es natürlich alles Dinge, die langfristig für uns und für die Hausenergie sehr gut sind und dann macht es absolut Sinn, auch immer mal wieder mit Weihrauch zu räuchern. Aber ich würde es nicht empfehlen, direkt für die Hausreinigung, sondern dann wirklich mit anderen Kräutern und Rohstoffen arbeiten und Weihrauch dann im Nachhinein als, ja einfach als Zusatz, als Verbinder, als Öffner, als geeignetes Mittel zur Segnung, wenn der, ja wenn das Haus gereinigt ist, also wenn wir einen gereinigten Zustand haben. Das dazu, ich hoffe, dass die Kamera alles aufgenommen hat und vor allem auch den Ton und dann würde ich sagen, melde ich mich irgendwann einmal wieder mit einem neuen Thema und ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Tschüss!